No, no, habe ich diesen Song gekauft. Also wenn ich das mal korrigieren darf, das heißt No Hair, No Pain. Wir arbeiten nämlich an dauerhafter Haarentfernung ohne Schmerzen. Daher kommt das eigentlich. Aber dein Ohrwurm finde ich schon irgendwie besser. Das ist schon echt gut. Ich habe den, als ich mit meinem Mann ganz frisch zusammen war, mal aus der Lesbis im Radio, laut mitgesucht im Auto, und mein Bruder saß hinten, und Axel dreht sich um und sagt, ich will sie doch nicht. Er hat mich doch genommen. So, also wir wollen Ihnen die Haare dauerhaft entfernen, ohne Schmerz, und vor allem dafür sorgen, dass auch jeder Haartyp und jeder Hauttyp mitmachen kann. Und dafür haben wir ein brandneues Gerät. Und ich gebe zu, ich bin neidisch, dass Sie das heute zu diesem Preis bekommen. Normalerweise kostet ein No-No Haarenfernungsgerät bei uns 200 Euro, auch als Tagesangebot. Da habe ich mir vor circa drei, vier Jahren mein Gerät gekauft. Jetzt noch kleiner, leistungsstark hoch drei und zu einem fantastischen Preis. Hier kommt für unter 100 Euro Ihre dauerhafte Haarentfernung. Wie das genau funktioniert, wir nehmen uns richtig lange Zeit und rufen Sie gerne an, wenn Sie Fragen haben. Hier kommt das Beste des Tages. Es ist ein Prinzip, liebe Barbara, eine Thermikon-Technologie. Und man sieht schon, man geht und gleitet über die Haut drüber. Das ist jetzt das Vorgängermodell, welches wir schon oft als Tagesangebot hatten. Das Gerät funktioniert jetzt haargenau identisch. Es ist von der Form her nur einfach ein bisschen kleiner und handlicher. Und man sieht schon, man geht tatsächlich über die Haut hinweg, nimmt die Haare quasi mit einer bestimmten Technologie herunter. Und das ist das Besondere. Alle dürfen mitmachen. Das ist tatsächlich sehr besonders, Kerstin. Es geht ja um dauerhafte Haarentfernung. Da wollen wir ja an die Haarwurzel. Und normalerweise, wenn man mit Laser oder IPL arbeitet, ist es eben nicht für alle Haar- und Hauttypen geeignet, sondern immer nur für helle Haut, djunkle Haare. Bei der No-No patentierten Thermikon-Technologie darf wirklich jeder das benutzen. Ob ganz dunkle Haut, helle Haut, dunkle Haare, helle Haare. Sie können heute ein richtiges Schnäppchen machen. Also ich wäre schon damals froh gewesen, für 149 Euro das Tagesangebot zu bekommen. Denn ich habe das Gerät, was Sie im Video sehen, in Türkis zu Hause. Und benutze es regelmäßig und kommt damit ganz wunderbar zurecht. Jetzt noch kleiner, genauso breit im Aufsatz, genauso schnell, genauso leistungsstark. Und das für unter 100 Euro. Das ist Ihr Doppeltagesangebot sozusagen heute, Ihr Weihnachtsgeschenk. Und wir zeigen Ihnen mal, was es genau auf der Haut macht, wie die Technologie funktioniert. Und dann gehen wir mal schrittweise die ganze Anwendung durch. Weil da haben wir natürlich jetzt mal für Sie einen Film zusammengestellt, damit Sie es besser erkennen können. Da sehen wir jetzt, wir gleiten mit dem No-No über die Haut. Und in die Haarwurzel wird ein Impuls abgegeben. Eben nicht Licht, sondern ein kleiner Wärmeimpuls. Und der wird eben nicht über die Farbe im Haar in die Wurzel transportiert, sondern über Keratin, also das Haar selber. Und das Haar selber nimmt diesen Wärmeimpuls auf und nach und nach kristallisiert die Haarwurzel. Das ist ein sehr sanfter Prozess. Dabei behandeln wir die Haut ja zwei, dreimal in der Woche. Und das machen wir erst mal über acht oder zehn Wochen, sagen wir mal zwei, drei Monate, sehr häufig. Und danach merken wir schon, dass die Haare viel weniger nachwachsen. Zum Teil gar nicht mehr, ganz dünn. Und dann wird das immer weniger. Also man braucht so ein bisschen Geduld. Das muss man bei der Haarentfernung aber immer mitbringen. Das ist immer so. Und hier ist es ein sehr sanftes System. Das ist anders als bei einer IPL, also Lichttherapie. Da sagt man einmal in der Woche behandeln oder alle zwei Wochen. Hier behandeln wir am Anfang häufig. Dafür ist es sanft. Und für jeden, jeden, jeden Mann, jede Frau, jeder Haar, jede Hautfarbe geeignet. Hier ist das ganze Set, welches Sie heute bekommen. Sie suchen sich Ihr Gerät in Ihrer Lieblingsfarbe aus. Wir dürfen Ihnen rot anbieten, Creme und diesen schönen Rosé-Pinkton. Bei Creme übrigens sind gleich 70 Prozent des Gesamtbestandes bestellt. Die können alle das Gleiche. Aber wenn Sie sagen, das wäre genau das Richtige für mich vom Farbton her, ich mag das in diesem Rosé mit dem Creme, dann bitte bei dem hier schneller bestellen. Und wir sind heute schon bei weit über 5000 Bestellungen. Sie bekommen zweimal den kleinen Thermikon-Aufsatz und zweimal den großen Thermikon-Aufsatz. Also einmal für die Körperstellen und einmal im Gesicht, damit man ein bisschen genauer, ein bisschen präziser arbeiten kann. Die schöne Tasche ist dabei. Sie bekommen den kleinen Buffer und den großen Buffer. Und jetzt zeigen wir Ihnen mal auf unserer Haut oder an unserem Arm genau, wie Sie mit dem Gerät arbeiten. Wenn man das Prinzip einmal verstanden hat und einmal für sich so einen Schwung entwickelt hat, geht das richtig gut und vor allem, wie ich finde, auch wirklich flott. Ja, sehr schnell. Ich muss damit auch mal die Sendung der letzten Jahre korrigieren, weil ich immer gesagt habe, für die ganzen Beine ist es aber aufwendig. Ist es jetzt nicht mehr, weil wir dürfen vorher auch rasieren. Das ist super. Das ist jetzt Aufsatz wird reingeschoben. Dann stellen wir das Gerät da oben an. Da ist so ein kleiner Knopf, genau. Da ist übrigens auch die Kabelöffnung, um das Gerät aufzuladen. Das haben wir einmal vorher gemacht, einmal vollladen. So, und jetzt geht es schon los. Da sehen wir die Batterieanzeige und wie lange der Aufsatz noch hält. Das sind so mindestens drei Monate. Und dann setze ich den im 90-Grad-Winkel auf die Haut und fahre langsam so in einem Tempo, dass es gleichmäßig rollt, über die Haut. Ich versuche das mal so zu halten, damit Sie das Licht unten sehen. Können Sie erkennen, dass da so ein Klauer... Ja, das erkennen Sie jetzt sehr gut. Das ist wichtig, dass Sie so über die Haut gehen, dass das gut aufsetzt. Und vor allem, Sie sehen auch, mit dem blauen Licht, und es sirrt dann so ein klein wenig, ist das Gerät in Action. Es wird lediglich ein klein wenig warm. Es zieht nicht, es zwackt nicht. Wenn nur viel Haar weggenommen wird, es müffelt ein bisschen. Das sagt man gleich ganz ehrlich. Ja, also, guck mal, jetzt leuchtet es gerade rot. Das kommentiere ich direkt mal. Da ist jetzt, kann mal sein, ist irgendwie zu viel Haar drin. Oder du hast es jetzt ganz lange auf einer Hautstelle gehalten. Dann stellen wir es einfach einmal aus. Also einmal ausstellen, vielleicht einmal gucken, ob das sauber ist, wieder einsetzen. Kann mal passieren. Das heißt nicht, dass das Gerät nicht funktioniert. Dann kann man es wieder anstellen und weiterarbeiten. Wenn der Aufsatz irgendwann kaputt ist, dann ist der Draht kaputt. Das sehen Sie aber. Und das passiert eigentlich nicht vor drei Monaten. Wenn ich nur im Gesicht arbeite, kann der auch fünf Monate halten. Ja, meine halten auch schon eine kleine Ewigkeit. Und so, wenn wir jetzt nochmal dieses Schritt für Schritt machen, wenn Sie jetzt sagen, ich würde, Sie würden zum Beispiel gerne das Gesicht, die Haare im Gesicht entfernen, dann würde ich erst mal am Arm üben oder vielleicht auch auf dem Tisch. Wir haben jetzt also den Aufsatz eingesetzt, das Gerät angestellt. Und damit man so diesen Schwung raus hat und sich wohlfühlt damit, fahren Sie einfach mal so über die Haut. Weil was nämlich passieren kann, Sie haben gerade gesehen, es hat gehoppelt. Wenn ich jetzt zu langsam bin, dann geht das Gerät wieder nach oben. Sehen Sie das? Also kein Verbrennen möglich. Ganz wichtiger Punkt. Und dieses Taka-Taka weiß ich von unseren Models, dass sie am Anfang irritiert waren. Und ich dachte, was ist das denn? Es hüpft. Es hüpft. Ja, weil sie sich nicht verbrennen können. Es ist nicht so, dass sie das auf die Haut legen und dann bleibt der Wärmeimpuls an einer Stelle, wenn sie zu langsam sind. Sondern dann geht es einfach nach oben. Und wenn Sie im richtigen Tempo fahren, dann ist es unten und funktioniert. So, ich kann Ihnen jetzt schon mal verraten, dass auch für mich war es heute Erneuerung, dass man auch über die rasierte Haut gehen darf. Ja. Was ich großartig finde, ich gebe zu, es war mit dem Nono sehr mühsam, wenn man an den Beinen komplett die Haare entfernen möchte oder zum Beispiel so an etwas größeren Flächen. Wenn man es durchhält und wenn man es wacker macht, dann ist das eine Wohltat zu wissen, dass die Haare immer weniger kommen, dass man die Haarwurzeln langfristig dazu bewegt, einfach nicht mehr die Haare zu produzieren und man dann irgendwann immer weichere, immer zartere Haut hat und natürlich immer weniger störende Haare. Fürs Gesicht, für den Bereich, auch hier für diesen kleinen Pflaumen, fand ich den von vorne herein schon super. Jetzt aber zu wissen, dass wenn Sie zum Beispiel mit einer Rasur und dann auch noch nebenbei, wenn Sie Ihre Beine rasiert zum Beispiel haben, dann rüber gehen können, haben Sie ja eine wunderschöne Haut, können behandeln und das Allerbeste ist, es wird dann immer weniger. Gerne können Sie über Q-Pay finanzieren, das sind dann keine 35 Euro im Monat, über die drei Raten, wenn Sie möchten. Und ich habe das Gerät für den doppelten Preis als Tagesangebot zu Hause und ich finde es großartig, dass Sie das kleine, leistungsstarke mit den vier Aufsätzen heute bekommen. Und das ist eben auch der Moment gewesen, wo ich mich für ein Haarentfernungsgerät über uns entschieden habe. Ich habe sehr helle Haut, aber ich habe auch sehr helle Haare. Meine Haare waren beim IPL-Gerät nicht so gut sichtbar wie dunkle Haare. Und gucken Sie sich mal dieses Vorher-Nachher-Bild an. Schauen Sie sich mal an, wie klasse und wie weich und wie großartig die Haut hinterher aussieht. Auch so kleine Hexenherrchen im Gesicht, die man manchmal auch gar nicht sieht. Und diese Farbe wäre mit IPL auch damals nicht behandelbar gewesen. Genau, es ist halt wirklich toll. Wir haben eine dauerhafte Haarentfernung für unter 100 Euro. Super. So groß wie eine Checkkarte. Also ein winziges, kleines Gerät, das unheimlich kraftvoll arbeitet. Da, wo wir uns entscheiden, die Haare dauerhaft zu entfernen. Da, wo Sie, wenn Sie zum Beispiel sagen, Mensch, Brusthaare finde ich vielleicht nächstes Jahr wieder schön zu haben, dann würde ich jetzt nicht mit dem NoNo Micro arbeiten. Es geht um dauerhafte Haarentfernung. Dauerhafte Haarentfernung im Nackenbereich, im Rückenbereich, auf den Schultern, bei unseren Ladies, am Arm, im Gesicht, bei Antje natürlich auch am Bein. Es tut nicht weh. Es ist lediglich ein klein wenig warm. Das war die erste Frage, als wir uns vor der Sendung hier bei uns im Studio vorbesprochen haben. Und ich gehe mit dem Gerät über meinen Arm und Jens sagt sofort, das tut doch weh, oder? Nein, es ist lediglich ein ganz bisschen warm. Es ist immer so ein ganz bisschen, ja so kuschelig kann man schon fast sagen. Es zwiegt nicht, es zwackt nicht. Es ist quasi so ein Drüberstreichel. Genau, es ist wirklich jetzt noch mal einfacher. Auch übrigens, falls Sie das, den NoNo Pro haben, den größeren, auch da ist jetzt die Erkenntnis, dass man die Haare rasieren darf. Sie müssen dann nicht direkt mit dem NoNo arbeiten. Sie dürfen auch in zwei Tagen arbeiten. Die Haut darf auch stoppelig sein oder im Gesicht oder am Arm auch ein Pflaumen haben. Das dürfen Sie entscheiden, was Sie einfacher finden. Es ist aber für den Behandlungserfolg egal. Das Einzige Wichtige ist, was wirklich die Behandlung erfolgreich macht, dass die Haare wirklich behandelt werden über einen langen Zeitraum. Das heißt, dass Sie zwei-, dreimal in der Woche die Haut behandeln, sich also jetzt richtig für eine Haarentfernungskur entscheiden. Dafür ist ja der Winter perfekt. Finde ich auch. Ich finde, da ist die Zeit wunderbar draußen. Es ist gerade kalt. Bei uns hat es heute den ganzen Tag geregnet. Das war diesig, das war nass, das war so uah. Und sogar Dennis hat sich gerade so eine schöne Furche in den Armhaar entfernt. Also auch für die Herren. Nur da ist es wichtig zu wissen, das ist jetzt bei so langen Haaren am Arm, wie wir es jetzt hier bei ihm sehen, schon ein klein wenig mühsamer. Das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Das geht bei rasierten Beinen schneller, ne? Ja, das ist jetzt auch so, dass wir das damit einfach gut zeigen können. Das ist möglich. Die Haare sind dann so wie abgesenkt und fallen also runter hier auf das Blatt Papier, was wir hier sehen. Das ist so, wenn Sie die Haare nicht rasieren. Es ist also ein unheimlich starkes Gerät. Und guck mal, ich zeige es einmal noch mal so groß hier wie eine Checkkarte. Also so klein und so kraftvoll. Es ist leicht so groß wie eine Checkkarte und kann wirklich Haare entfernen. Vor allen Dingen die Thermikon-Technologie in die Haarwurzel schicken. Ich hole nochmal meinen Computer. Wir können das auch drüben machen. Ja, oder hol ihn her. Guck mal hier. Zack, da hat sie ihn schon. Zack, habe ich ihn schon hier. Also das passiert in der Haut. Wir gleiten mit dem No-No-Pro über die Haut. Und die Thermikon-Technologie wird in die Haarwurzel geschickt. Das ist ein Wärmeimpuls, der über Keratin, also über das Haar selber in die Haarwurzel geschickt wird. Und wenn die in der aktiven Wachstumsphase ist, wird die geschwächt. Das nächste Mal nochmal mehr geschwächt. Die Haare fallen nach und nach aus und werden immer weniger. Also wir haben ganz viele Zuschauer gefragt. Würden Sie den No-No zu Hause benutzen? Würden Sie der einer Freundin empfehlen? Und vor allem, wie empfinden Sie Ihre neue Haarstruktur, ob jetzt am Bein, am Arm oder im Gesicht? Und Sie waren rundheraus zufrieden. 97% unserer Zuschauer, oder die getestet haben, wir machen ja oft auch Tests und rufen auf auf dem Beauty-Blog, ob sie sich dann vielleicht bei uns mitmachen würden und neue Geräte testen würden. 97% sagen, ich würde den weiterempfehlen. 97% sagen, die Haare wachsen deutlich langsamer nach. Das Gerät kann alles. Da ist alles drin, was ich brauche. Und ich würde nicht wieder zu meiner alten Haarentfernungsmethode zurückkehren. Jetzt können Sie Gesicht, Nacken, Achselhöhle, Arme, Bikini-Zone und Beine enthaaren. Und natürlich bei den Herren auch, wer jetzt mag, Brücken, Brust oder Nackenbereich, das geht natürlich auch. Es ist immer die Frage, möchten Sie tatsächlich diesen Bereich dauerhaft sauber von Haaren haben? Also Achselhöhlenbereich vielleicht bei den Damen ein großes Thema oder die Waden zum Beispiel. Dann können Sie das mit diesem kleinen Gerät ganz hervorragend jetzt über diese Winterzeit hin machen. Sind dann zur Freibad-Saison Picobello. So kann man es wirklich nennen. Und es geht erstaunlich schnell. Und die Tatsache, dass ich jetzt vorher rasieren darf und dann so zwei, drei Tage später mit der Wärme über die Haut gehe, das ist echt nochmal ein Fluss. Und auch über die glatte Haut. Das ist wirklich eine neue Erkenntnis. Selbst wenn keine Haare an der Oberfläche sind, darf ich mit dem No-No drüber gehen und die Thermikon-Technologie wird transportiert. Übrigens kleiner, gucken Sie mal ganz kurz einmal zu mir. Sie haben ja gerade gesehen, ich habe das versucht aufzumachen. So klemmt das. Man muss das von der Seite nehmen. Das ist eine kleine Sicherheit, dass der Deckel so nicht aufgeht, aber so. Und wenn Sie zum Beispiel Tattoos haben, können Sie... Ich habe mich vorhin vor der Sendung schon gefragt, wann hat Barbara denn da Tattoos? Haben die Models mich auch gefragt. Aufgeklebt. Ja, ist aufgeklebt. Ich habe mich schon gewohnt. Ich dachte, ich habe doch bei Barbara noch nie Tattoos gesehen. Nein, ist neu für heute. Kleine Schmetterlinge, selbst wenn Sie Tattoos haben, es ist völlig egal, welche Farbe das Gerät trifft. Ob Sie afrokaribische Haut haben oder Tätowierungen, ob die Haare blond, weiß oder grau sind. Wir können auch gleich nochmal zu unseren Models rüber gehen und Ihnen das nochmal im Detail zeigen. Es ist, alle die, die sonst für dauerhafte Haarentfernung nicht in Frage kamen, dürfen jetzt mitmachen. Ja, und das finde ich großartig. Also normalerweise sagen wir immer, je heller die Haut, je dunkler das Haar, desto größer der Erfolg mit einer IPL-Technologie. Diese Technologie funktioniert auch. Die ist auch sehr gut, gar keine Frage. Die ist schnell, die ist kraftvoll. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Aber wir haben viele Menschen dabei gehabt, wo wir ganz klar sagen mussten, das funktioniert nicht. Ich gehöre zum Beispiel oben ins zweite Bild. Bild, ich habe helle Haare, ich habe auch helle Haare an den Armen, an den Beinen. Und somit konnte ich nicht mit einem IPL-Gerät arbeiten. Die Damen, die rötliche Haare haben, die graue Haare haben oder eben die Frauen oder Männer mit der ganz, ganz dunklen Hautfarbe. Da war es schlicht und ergreifend nicht möglich, mit IPL zu arbeiten. Und hier sehen Sie ja bei unseren Damen. Alle können ganz entspannt, schnell, gewissenhaft, picobello, sauber und ohne Theater sich ihre Haare dauerhaft entfernen. Das Einzige, was Sie wirklich wissen müssen. Und das ist tatsächlich etwas, das müssen Sie sich immer mit Ihrem Gewissen fragen. Machen Sie das jetzt in den ersten Monaten wirklich regelmäßig. Dann haben Sie Erfolg. Mit einmal behandeln und dann warten, dass nie wieder ein Haar nachkommt. Das funktioniert nicht. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Sondern es ist am Anfang eine richtige Kur. Dafür darf ich mich jetzt entscheiden. Ich kann das beim Fernsehen gucken machen oder wie auch immer. Es riecht nach versenktem Haar. Das ist die Info, die wichtig ist, dass Sie das wissen, dass Sie das nicht irritiert. Es riecht wirklich wie versenktes Haar. Dann wissen Sie, ach ja, die Haare haben den Impuls gut aufgenommen. Sie gleiten über die Haut. Wir sehen jetzt zum Beispiel Hanne, die hat weiß-graue Haare. Bei vielen Frauen wachsen auch mehr Haare im Gesicht nach den Wechseljahren oder durch einen hormonellen Umschwung. Das ist völlig egal, welche Haare da wachsen. Ob die dick oder dünn sind, ob die grau, weiß oder dunkel sind. Mit dem No-No, mit der Thermicon-Technologie können wir die eben alle entfernen. Und dauerhaft so eine Kur machen, dass die da nicht mehr nachwachsen. Ich gönne Ihnen das von Herzen. Ich war das drei oder vier Jahre her, ich weiß es nicht mehr. Da haben wir hier in der Beauty-Night auch die Entwicklerin und quasi die Erfinderin des No-No's bei uns gehabt. Die saß mit im Beauty-Talk hier bei uns auf der Couch. Wie lange ist das her? Drei, vier Jahre? Ja, könnte sein. Es ist zwar nicht die Erfinderin, aber ist egal. Das war die in England. Die sehen wir auch immer noch in einem der Filme. Die ist eigentlich Türkin und hat hier ganz schwarze Haare gehabt. Und die hat sie einfach immer wieder behandelt. Sie fang hier mit bei uns in der Beauty-Night. Und da habe ich mir mein No-No gesichert. Da habe ich mir mein Tagesangebot. Ich habe quasi das größere Gerät mit genau der gleichen Technologie drin, mit genau der gleichen Intensität in Türkis. Aber ich habe damals 199 Euro Tagesangebotspreis gehabt. Sie haben heute unter 100 Euro. Und jetzt mögen Sie vielleicht sagen, Moment, Moment, Moment. Da gibt es doch, wenn ich das mal hier bei der Suchmaschine reinschmeiße, einen, der günstiger ist. Ganz bestimmt, ich such mal. Also zum einen kann ich Ihnen sagen, das Günstigste, was wir gefunden haben, sind 169 Euro. Und das noch nicht mal bei einem autorisierten Händler. Hier bei uns wissen Sie, bei wem Sie bestellen. Hier bei uns haben Sie dauerhafte Haarentfernung. Und zwar mit dem Angebot exklusiv für unter 100 Euro. Und Sie wissen auch, wenn das ein Geschenk sein soll, dass Sie sagen, oh, mein Pattenkind, meine Tochter, das wäre genau das Richtige zur Weihnachten. Ich weiß, das ist ein Thema, der wird immer rasiert, gewachst, gepielt, was auch immer. Kann ich auch gleich gerne nochmal drauf. Sie haben eine Geld-zurück-Garantie bis zum 15. Januar. Das ganze Set steht hier. Ich zeige es Ihnen nochmal ganz schnell. Dann können wir uns nochmal angucken, wie man Schritt für Schritt zu Hause vorgeht. Und dadurch, dass wir jetzt viel Zeit haben, rufen Sie auch gerne an, wenn Sie konkrete Fragen haben. Drei Farben stehen zur Auswahl. Rotcreme oder der Rosé-Pinkton. Creme sind über 70 Prozent jetzt weg. Insgesamt ist jetzt die Hälfte des Gesamtbestandes bestellt. Und Barbara hat heute noch ordentlich Sendungen vor sich. Zwei kleine Aufsätze, perfekt fürs Gesicht. Zwei große Aufsätze für eben die größeren Flächen. Dann bekommen Sie die Tasche dazu. Sie bekommen die Buffer dazu. Eine kleine Halterung. Wenn Sie jetzt sagen, ich habe den gerne an so einer Schlaufe, dann kann ich die Schlaufe noch so um das Handgelenk nehmen und das Gerät sicher halten. Und selbstverständlich das Ladekabel. Jetzt gehen wir nochmal Schritt für Schritt vor. So kommt es nach Hause. Was mache ich als erstes? Zuerst lade ich einmal den Micro von Nono auf. Hier hinten habe ich diese kleine Steckdose dazu. So ein paar Stunden oder über Nacht aufladen. Dann ist im Lieferumfang. Da unten ist natürlich die Frage gewesen. So, jetzt wähle ich aus, möchte ich an einer größeren Hautzone arbeiten, wie den Beinen zum Beispiel, oder kleiner, wie das Gesicht, dann nehme ich vielleicht mal den kleinen Aufsatz und schiebe den hier so hinein. Da sind so zwei Pinöpel, sage ich immer. Ja, also so zwei Nupsis. Nupsis. Da auf jeden Fall schiebe ich das da rein. Kann ich auch gar nicht verkehrt machen. Und jetzt da oben, wo auch das Ladekabel rein kam, hier ist daneben der kleine Knopf zum Anschalten. Da drücke ich drauf. Und jetzt sehe ich, das Display geht an. Da sehe ich die Batterieladung und der Display. Beides ist noch voll. Und um zu üben, ist meine Empfehlung, das einmal auf den Tisch zu setzen oder auch gerne am Arm zu üben und einfach mal so über den Tisch zu fahren. Es wird ja nicht heiß, keine Oberfläche wird geschädigt. Einfach mal so ausprobieren. Wenn Sie nämlich stehen bleiben, sehen Sie, das stoppt. Das tackert, weil es sonst heiß werden würde. Es geht also wieder hoch. Wir dürfen telefonieren. Und ich freue mich sehr, dass wir eine Frage direkt persönlich beantworten können. Toll, dass Sie die Chance nutzen. Hallo, liebe Frau Kling. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Hallo, Frau Barbara. Was dürfen wir für Sie tun? Ja, ich habe einen richtigen Damenbad. Ja. Ich muss mich jeden Tag, ich röse mich nass, also mit Schaum und Rasierapparat. Ja. Ist es dafür auch geeignet? Super, Frau Kling. Dürfen Sie sogar erst mal weitermachen? Und behandeln dann, so häufig wie Sie Lust haben, sagen wir mal zwei, dreimal die Woche. Sie dürfen auch jeden Tag. Ich muss mich also jeden Tag rasieren. Ja, dann können Sie ruhig danach mit dem No-No schnell über die Haut gehen, so wie ich das Ihnen jetzt zeige. Ja. Also nicht hektisch schnell, sondern ich meine einfach kurz, es geht schnell. Ja. Einfahren, Haut ein bisschen straff ziehen, über die Haut gehen, so entgegen, einfach so. Nach dem Rasieren. Nach dem Rasieren. Gern. Wenn Sie möchten, können Sie mal probieren, wie Sie damit auskommen, dass Sie zum Beispiel am nächsten Tag, wenn ein bisschen nachgewachsen ist, auch mal rüber gehen, mal schauen, wie sich das anfühlt. Aber müssen Sie nicht. Sie dürfen gerne erst mal weiter rasieren, dann gehen Sie regelmäßig. Wenn ich mich morgens salviere, habe ich abends schon wieder ein Bad, so stark. Ja, ja, das ist auch manchmal hormonell bedingt, ist unterschiedlich und offensichtlich stört. Aber ich bin nebenlang, ich bin 81. Ja, und wenn Sie das stört und Sie sagen, ich fühle mich viel schöner, wenn ich das nicht habe. Es ist immer lästig. Ja, verstehe ich. Dann ist das Tagesangebot aber ideal für Sie, Frau Kling. Meinen Sie? Genau. Absolut. Und Frau Kling, nur zu Ihrer Info, es ist nicht so, dass das sich sofort ändert, sondern das ist eine sanfte Behandlung. Das heißt, Sie machen alles. Ich kann das ja auch hier im Setzen-Form-Tellen sehr im Sitzen machen. Können Sie. Weil ich so schlecht stehen kann schon. Können Sie. Können Sie. Können Sie im Sitzen machen. Wichtig ist nur, dass Sie wissen, das verändert sich in zwei bis drei Monaten. Dann merken Sie schon, oh, da wächst ja gar nicht mehr jeden Tag nach, das ist ja viel weicher, ich sehe keinen dunklen Schatten mehr. Das verändert sich nicht sofort, sondern nach acht bis zehn oder zwölf Wochen. Da sehen Sie dann schon richtig Erfolge. Und dann dürfen Sie, auch wenn die Haare, wenn sich das schön anfühlt und gut aussieht, die Haut, dürfen Sie trotzdem einmal in der Woche oder so weiter behandeln, damit die Haare schön weg bleiben. Also Sie dürfen es definitiv, was uns noch wichtig ist und hat Barbara vollkommen recht, zwei, drei Behandlungen reichen nicht. Aber es ist ja Ihr Gerät. Es ist ja quasi Ihrs. Sie brauchen nirgendwo hingehen. Sie können das zu Hause mit einem kleinen Spiegel am Sessel machen, vielleicht vor dem Fernseher, wo Sie Zeit und Lust haben. Der Bereich geht zackig. Der geht ja relativ flott. Aber ich muss mich trotzdem noch rasieren. So lange, bis die Haare so wenig geworden sind, das dauert, das dauert, wie gesagt, diese acht bis zwölf Wochen, aber dann wird es sukzessive immer weniger, es wird immer weicher, immer zurückhaltender. Probieren Sie es aus. Frau Klink, Sie müssen auch nicht rasieren. Sie können auch mit dem No-No direkt über die Haut. Dann ist es einfach etwas mühsamer, weil Sie ja diesen Widerstand der Haare haben. Können Sie auch machen. Und danach immer schön mit diesem kleinen Buffer. Welchen Aufsatz muss ich denn dann nehmen? Wie bitte? Welchen Aufsatz? Ich würde den kleinen nehmen. Ich würde den kleinen nehmen, den hier fürs Gesicht. Ja. Da kommen Sie, dann haben Sie auch gut Übung. Wenn Sie dann am Ende sagen, die großen, ich will den Körper gar nicht behandeln, können Sie auch die großen fürs Gesicht. Nee, mache ich auch gar nichts. Ich mache gar nichts. Ich mache auch nicht Arme und Beine und gar nichts. Sie können beide fürs Gesicht nehmen. Fangen Sie mal mit dem kleinen an, damit Sie auch gut damit zurechtkommen. Ja. Muss ich das immer mit dem Stromkabel machen oder ist dein Akku drin? Nein, Sie laden das einmal auf. Ja. Und dann können Sie da vier bis fünf Stunden damit arbeiten. Und dann sehen Sie auch, dann ist hier die Ladeanzeige rot. Dann laden Sie es mal wieder auf. Sie können, das ist wirklich praktisch. Es ist so klein wie eine Kreditkarte. Es ist aufladbar. Aber legen Sie sich das dahin, wo Sie gut sitzen können, wo Sie sich wohlfühlen und gehen einfach regelmäßig so über die Haut. Und dann wird die immer weicher und es kommen immer weniger Haare nach. Und ich würde mich sehr freuen, Frau Kling, wenn Sie vielleicht in zwei, drei Monaten nochmal anrufen, wenn wir zusammen auf Sendung sind und von Ihren Erfolgen erzählen. Das würde mich außerordentlich interessieren. Ja, das wäre mein schönstes Geschenk. Ja. Ich würde mich freuen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg. Noch einmal, es dauert, es geht nicht von heute auf morgen. Aber wenn Sie sagen, ich mache das jetzt regelmäßig, gerne auch täglich und vor allem, ich nehme mir diese acht bis zwölf Wochen wirklich Zeit, dann können wir Ihnen versprechen und garantieren, dass es ein deutliches Beispiel ist. Ja, aber was mache ich dann? Dann rufen Sie uns an. Ja. Dann helfe ich Ihnen. Dann sprechen wir miteinander. Okay. Aber regelmäßig, ne, Frau Kling? Ja, ich muss es ja, ich kann ja so gar nicht gehen. Sehen Sie. Also, regelmäßig, regelmäßig, regelmäßig. Ja. Und dann hören wir uns in zwei, drei Monaten wieder. Und dann schupsen die Leute mich auch in der Stadt an und sagen, oh, was ist das, eine Frau mit Barte. Also, bitte, regelmäßig und dann rufen Sie wieder an und Sie erzählen von Ihrem Erfolg. Das mache ich. Alles klar. Wenn Sie mich zurück, dann bestelle ich mir das. Wir stellen Sie gerne zurück. Alles, liebe Frau Kling. Ja, danke. Bis dahin. Vielen Dank. Tschüss, Frau Kling. Tschüss. Tschüss. Also, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich fasse das mal kurz zusammen. Wenn Sie, genau wie Frau Kling, diese Thematik haben, dass Sie sagen, mich stört das, dass ich dunkle Haare, viel Pflaumen, viel Haarwuchs im Gesicht habe. Oder vielleicht an den Armen, das mag hinten im Nacken sein, bei den Herren vielleicht auf den Schultern. Sie können komplett mit der Thermikon-Technologie arbeiten. Aber es braucht immer seine Zeit. Ein Haarwuchszyklus ist ja auch nicht wie auf dem Kopf. Da fallen ja auch nicht alle Haare auf einmal aus. Und genau das Thema, was Frau Kling gerade besprochen hat, das können Sie zu Hause auch genau so in dieser Art und Weise behandeln. Wenn man das dann regelmäßig macht, und zwar wirklich konsequent, dann wird das, wie Frau Kling sagte, das schönste Weihnachtsgeschenk. Ja, es wird immer weniger Weihnachten werden, die noch nicht weg sein. Dafür reicht jetzt der Zeitabstand nicht. Aber wir können ja jetzt beginnen. Sie kriegen das in zwei bis vier Tagen nach Hause. Hier sehen wir noch mal, ganz gut ist, auch gegen die Haarwuchsrichtung zu arbeiten. Wenn da noch Haarstoppeln sind, dann erwischt man die einfach besser. Wir wissen jetzt, man darf die Haut auch rasieren. Das war für mich noch mal so ein echter Gäste. Ja, weil damit ist es natürlich wirklich einfacher und schneller, als wenn man sich immer durch diesen Dschungel da durcharbeitet. Also, Frau Kling, ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Und auch für alle anderen. Es haben heute schon Tausende bestellt. Es ist die patentierte Thermikon-Technologie, die ja in die Haarwurzel geht. Wir arbeiten also an der Haarwurzel und machen die immer schwächer. Wir gehen so vor... Moment, Moment, jetzt muss ich hier über den Kopf so, diesen Pfeil... Danke. So, wir gehen ja an die Haarwurzel. Wir gleiten über die Haut. Und dieser Thermikon-Impuls ist ein Wärmeimpuls, der über Keratin, also über das Haar selber, in die Haarwurzel geleitet wird. Ein sanfter Prozess. Und nach und nach wird die Haarwurzel und das Haar kristallisiert, fällt aus und wächst nicht mehr nach. Und wie gesagt, das dauert ein paar Wochen. Dann, also Intensivbehandlung erst mal acht Wochen und wenn Sie merken, da ist immer noch ganz viel, dann machen Sie erst mal noch zwei, drei Wochen intensiv weiter. Und dann wird es immer weniger. Und dann können Sie auch die Abstände der Behandlung vergrößern. Sie sehen jetzt hier bei mir das kleine, so einen kleinen blauen Pfeil, der über die Haut geht. Und, hören Sie das im Mikrofon? Und so, so ein kleines bisschen. Also da wissen Sie, das Gerät arbeitet einwandfrei. Und es ist vom Gefühl auf der Haut nur so ein ganz leichtes, warmes Gefühl, was dann mit dem Gerät mitgeht. Als wenn so eine Wärmflasche so ganz liebevoll so über Ihre Haut fährt. Das ist das Prozedere. Es kann sein, dass wenn Ihre Haare hier ein klein bisschen länger sind, dass es auch mal ein bisschen qualmt, weil die Haare werden ja mit Wärme behandelt. Und das kann auch mal müffeln. Wir können so als Pi mal Daumen Grundregel sagen, je mehr es stinkt, desto besser arbeitet und funktioniert es bei Ihnen auf der Haut. Und der Unterschied ist eben der, dass tatsächlich alle Haartypen und alle Haarfarben hier bei diesem Tagesangebot mitmachen können. Bei anderen Geräten müssen wir oft Einschränkungen bekannt geben. Sagen auch ganz ehrlich, bei roten Haaren, bei sehr hellen Haaren mit sehr heller Haut, grauen Haaren oder eben sehr, sehr dunkle Haut funktioniert es nicht. Hier darf tatsächlich jeder, der seine Haare dauerhaft entfernen möchte, mit dem Gerät arbeiten. Es ist eine patentierte, es ist eine sichere Technologie und es ist vor allem ein super Problemlöser. Wir hatten 44 Zuschauer vorab gefragt. Wir haben oft im Beauty-Blog die Bitte, ob Sie sich als Produkttester zur Verfügung stellen. Und da können Sie zu Hause auf Herz und Nieren testen. 97% sagten, würde ich definitiv weiterempfehlen das Gerät. 97% sagten, die Haare wachsen definitiv langsamer nach. Das ultimative All-in-One-Gerät hätten Sie mit diesem Tagesangebot gefunden. Das war jetzt die Kundenbewertung von unserem Vorgänger sogar. Und 88% der Nutzer würden nicht mehr zu der alten Haarentfernungsmethode zurückkehren. Unser letztes Tagesangebot vom Nono. Das allererste habe ich mir selber gesichert. Ich war so begeistert von der Tatsache, dass man an gewissen Stellen des Körpers die Haare dauerhaft los wird. Da habe ich mir gedacht, helle Haare, helle Haut, meins. Ich habe noch 199 Euro als Tagesangebotspreis gehabt. Das ist genau die gleiche Technologie. 99 Euro günstig, unter 100 Euro, über QPay finanzierbar. Und ich muss schon sagen, mit den ganzen Aufsätzen und allem Drum und Dran, das ist so ein Geschenk. Ich habe zum Beispiel meine Haare, jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, warum, hier am Arm immer weg. Und ich sage Ihnen auch, warum. Wenn wir nämlich hier bei HD unser Bildschirm, der zeigt ja wirklich alles. Der zeigt ja jede Pore. Das ist ja manchmal so fies, was das für eine Auflösung zu Hause gibt. Das ist gnadenlos. Wenn ich mich hier mit einer Creme in der Bötchenheit eincreme und ich hätte Haare auf dem Arm, das wäre echt alles anders und anders schön aussieht. Deswegen habe ich da keine. Und das geht hiermit so super? Eben. Man fährt einfach mit dem Nono so im rechten Winkel über die Haut. Anstellen muss man es auch. Anstellen erst mal. Und das macht man am Anfang regelmäßig, zwei-, dreimal die Woche. Man darf auch, wenn man sagt, ich will das ganz doll intensivieren im Gesicht oder so, stört mich ganz doll, darf man auch öfter über die Haut gleiten. Und dieser Thermikon-Impuls wird jetzt weitergegeben an die Haarwurzel. Die Haarwurzel wird geschwächt und das ist ein Prozess über viele Wochen. Sie haben also keinen Sofort-Effekt, sondern Sie bauen das durch eine Haarentfernungskur sozusagen auf, dass die Haare immer schwächer werden. Wir zeigen Ihnen noch mal alle Anwendungsbereiche, also bei Damen wie bei Herren. Das spielt jetzt keine Rolle, ne? Also die Bikini-Bizone und die Beine, die Arme, die Achselhüllen, Nacken und Gesicht. Beim Mann der Rücken, die Brust, die Arme. Sie dürfen das anwenden, wo Sie möchten. Also bei den Brustwarzen nicht drüber gehen, weil das ja so ein Hubbel ist. Da könnte man sich dann wehtun, aber ansonsten ist es ein sehr sicheres Gerät. Und ich würde, also wir zeigen erst mal das. Ich komme gleich noch mal auf die Idee mit dem Geschenk zurück. 99,98 Euro, das ist der beste Preis, den wir jemals hatten für ein Nono. Das muss man ganz klar sagen. Das ist ein exklusives Modell heute in der Sendung mit dieser Farbauswahl. Und ich kann nur wirklich sagen, klein, aber mehr als Oho. Mit den beiden Buffern, mit den beiden großen, mit den beiden kleinen Aufsätzen. Die Geschenktasche kommt noch hinzu und das Ganze auch gerne über QPay finanzierbar. Falls Sie noch weitere Fragen haben, falls Sie noch diese ein oder andere spezifische Frage haben, wie Frau Klingen die auch hier in der Sendung gerade gestellt hat, immer her damit. Wir freuen uns sehr. Wir sind jetzt noch eine ganze halbe Stunde für Sie da. Dann aber auch um 18 Uhr noch mal. Dann ist Barbara auch im Beauty-Talk mit Boris dabei. Sie können also in aller Ruhe genau die Frage stellen, die Sie möchten. Wir nehmen uns da gerne Zeit für und kommen auch gleich noch mal zum Geschenkeaspekt. Wir sind sofort wieder für Sie da. Jeden Freitagabend Fashion Night. Vier Stunden Mode-Highlights für den Winter. Diesmal mit der Designer-Kollektion Strandfein, Schuhen von Vitaform, Strickmode von The Jet Setters und skandinavischen Styles von Fransa. Die Fashion Night. Morgen ab 20 Uhr bei QVC. Definiert durch die Natur. Perfektioniert durch die Wissenschaft. Elimis Skincare. Morgen bei QVC. Schön, dass Sie da sind zu einer ganzen Stunde No-No-Haar-Entfernung. No-No steht für No Hair, No Pain. Das heißt keine Haare und das Ganze schmerzfrei. Und das hier ist unser heutiges Tagesangebot. Ich habe jetzt mal unsere Internetseite QVC.de aufgerufen und jetzt gucken wir uns das Tagesangebot mal ganz genau an. Spannend ist, Sie bekommen es heute in drei Farben zur Auswahl. Können sich immer die letzte Präsentation hier bei uns dann auch im Internet anschauen oder eine Zusammenfassung, wenn Sie mögen. Können sich hier die Farbe noch auswählen. Können sich auch auswählen, ob Sie heute über QPay Ihr Tagesangebot finanzieren möchten. Wir haben auch noch mal für Sie natürlich alles beschrieben. Was ist im Set mit drin? Was bekommen Sie an Aufsätzen? Und, und, und. Hier. Und sechs Fragen und zehn Antworten bei Kunden fragen Kunden. Und unter der gesamten Beschreibung, wo wir noch mal für Sie ganz genau erklärt haben, wie funktioniert die dauerhafte Haar-Entfernung mit unserer heutigen Thermicon-Technologie, gibt es auch noch das Frage- und Antworten-Extra. Wo kann ich Nono überall verwenden? Tut die Anwendung weh? Nein, es ist eine schmerzfreie Anwendung. Die meisten spüren lediglich ein wenig Wärme. Warum riecht es, wenn ich den Nono verwende? Kann ich es auf meinen Tattoos anwenden? Wie sieht es mit Muttermalen, Schönheitsflecken aus? Was ist mit Teenagern, älteren Menschen? Und natürlich auch, was ist in der Anwendung zu beachten, wenn ich zum Beispiel schwanger bin? Das alles finden Sie bei uns online. Auch natürlich die Frage, kann ich mit allen Haarfarben und allen Hautfarben diesen Weg der dauerhaften Haarentfernung wählen? Ja, das können wir ganz dick unterstreichen. Und das macht dieses Tagesangebot auch so einzigartig. Und das haben wir heute für Sie als Bestes des Tages. Und das kann ich Ihnen auch gerne noch mal zeigen, hier vorne, bevor ich gleich zu Barbara rübergehe, mit unserem gesamten Set. Das hier ist unser Tagesangebot zum besten Preis, den wir jemals hatten. Ob in Rot, in Creme oder im Pink-Rosé-Ton mit den, jetzt habe ich den einen gerade bei Barbara noch, also den bekommen Sie zweimal. Den bekommen Sie zweimal. Das ist der kleine Aufsatz zweimal, der große Aufsatz zweimal. Der kleine Buffer und der große Buffer. Das kommt alles zu Ihnen nach Hause mit der Geschenktasche und natürlich einem Ladegerät. Allerdings, wenn der Akku einmal vollgeladen ist bei Ihrem Gerät, haben Sie eine ungefähre Dauerleistung von vier bis fünf Stunden, um die Haare am Körper zu entfernen. So, bei Creme sind gleich 80 Prozent des Gesamtbestandes weg. Und das, was hier bei uns jetzt an wunderschönen Typen von Frau sitzt, ist eigentlich bei der dauerhaften Haarentfernung nicht selbstverständlich. Dass wir mit Antje eine sehr helle Frau haben, mit hellen Haaren, hellen Hautpartien und natürlich auch dementsprechend den hellen Haaren zum Beispiel an den Beinen. Jetzt haben wir mit Sarah einen wunderschönen karibischen Typ, der normalerweise auch bei anderen, zum Beispiel Lichttechnologien, ausgeschlossen wäre vom Haar und vom Hautton. Und Hanne mit ihren traumhaft grauen, ich sage immer, das sind Platinhaare, mit ihren wunderschönen Platinhaaren. Auch sie wäre normalerweise bei anderen Formen von dauerhafter Haarentfernung ausgeschlossen. Aber, liebe Barbara, beim No-No darf jeder mitmachen. Ja, wir wollen ja die Haare dauerhaft entfernen. Wir wollen an die Haarwurzel. Hier sehen wir nochmal wirklich für jeden geeignet. Rote Haare, weiße Haare, blonde Haare, dunkle Haut, schwarze Haare. Egal welche Haarfarbe, welche Hautfarbe, vielleicht wird man auch im Sommer ganz toll braun, im Winter ist man blass. Es ist völlig egal. Das Gerät ist absolut farbenblind. Wir wollen an die Haarwurzel und die behandeln. Normalerweise mit Laser und EPL kommen wir ja auch an die Haarwurzel. Und da brauchen wir immer eine Leiter, um in die Wurzel zu kommen. Das ist normalerweise die Farbe im Haar. Wie so eine kleine Leiter kann man sich das vorstellen. Jetzt habe ich hier die Leiter in die Haarwurzel durch das Haar selber, durch Keratin. Es ist also völlig wurscht, ob ich sage, ich habe dunkle oder helle Haare, das Gerät ist farbenblind. Und es nimmt einfach nur das Haar. Da, wo ein Haar ist, wird über das Haar diese Thermikon-Technologie weitergeleitet. Das Haar wird geschwächt. Die Kristallisation schwächt die Haarwurzel. Die fallen nach und nach aus. Das ist ein Prozess über zwei, drei Monate. Das ist wirklich für Sie wichtig. Ich wiederhole das deshalb die ganze Zeit, dass Sie nicht denken, Sie machen das viermal und dann müssten die Haare ja weniger werden. Am Anfang nicht. Es ist eine Behandlung, die wir über ein paar Wochen und Monate ziehen und dadurch die Haarwurzel immer schwächer und schwächer werden lassen. Also die Anwendungsbereiche sind tatsächlich, wo Sie wünschen, werden die Haare dann entfernt. Im Gesicht bei den Damen, da hatten wir mit Frau Klink gerade drüber gesprochen. Im Nackenbereich, Achselhöhle, Arme, Bikinizone, Beine. Wenn Sie als Mann irgendwann mal sagen, ich weiß nicht, ob ich in 20 Jahren eine harte Brust wieder schön finde, dann lassen Sie es sein. Da machen Sie das dann an dieser Stelle bitte nicht. Aber Sie dürfen auch im Nacken, auf dem Rücken oder wie unser Dennis jetzt hier mal stellvertretend am Arm ihre Haare entfernen. Jetzt müssen wir noch einmal deutlich dazu sagen, diese eine Anwendung, die Dennis jetzt hier bei uns im Studio vollzieht, die reicht nicht aus für ein dauerhaftes. Ja, wir haben schon Witze gemacht heute, weil wir machen jetzt nicht bei Dennis eine Behandlung und er hat jetzt immer einen Streifen auf dem Arm. Nein. Wenn dieser Streifen doch einschlägig jetzt, wenn du den jetzt so gut findest, dass du den behalten willst, Dennis, dann müsstest du das jetzt zwei, dreimal die Woche wiederholen, über zwei, drei Monate. Wenn du doch sagst, du möchtest doch überall Haare haben, dann machst du es nicht und dann wachsen sie einfach wieder nach. Oder wenn auch ein Mann sich bei bestimmten Hautzonen entscheidet, die Haare dauerhaft loszuwerden, ob das vielleicht im Nacken ist oder Rücken, dann vielleicht am Rücken braucht es den Partner oder die Partnerin, die da helfen. Das Wichtige ist die Regelmäßigkeit. Was wir sehen bei Dennis ist der Unterschied zwischen Haare und Nichthaare. Und ja, man kann auch Haare direkt entfernen. Es ist aber, wenn das so viele Haare sind, ein etwas mühsamer Prozess. Dann würde ich sagen, rasieren Sie erst einmal und behandeln dann nur über den Stoppeln. Das Beste ist halt, dass es jetzt neuerdings so geht mit der Thermikon-Technologie, dass Sie tatsächlich erst rasieren dürfen und dann mit der Thermikon-Technologie über die Haut gehen. Das geht jetzt tatsächlich noch eine Spur schneller und ich beneide Sie echt um dieses Tagesangebot. Also ich habe mein Tagesangebot vor drei, vier Jahren, ich kann es nicht genau sagen, ist es her, für 199 Euro bei QVC bestellt. Da war das das erste No-No-Tagesangebot und ich dachte mir, super, ich als Blondie und vor allem im Sommer auch ein bisschen gebräunt, aber im Winter wirklich blass wie ein Toastbrot, kann mit dieser Technologie wunderbar meine Haare entfernen. Das sehen Sie auch, das mache ich ja auch regelmäßig an den Armen, an den Schienenbahnen. Und ich finde das super. Jetzt bekommen Sie genau die gleiche Intensität, genau die gleiche Stärke in klein und kompakt zum halben Preis. Das ist schon erstaunlich, dass Sie so ein Riesenset bekommen für unter 100 Euro. Und jetzt wollten wir noch über das Thema Geschenk sprechen. Ja, das hattest du ja auch vorhin angesprochen, man kann das ja vielleicht der Enkeltochter oder so schenken. Ab dem Alter, wo man vielleicht feststellt, dass die Tochter oder die Enkeltochter die Beine rasiert, sagen wir vielleicht 13, 14, kann man ja mit dem No-No arbeiten. Man kann ja trotzdem die Haare rasieren, aber bitte so, dass man sich nicht schneidet. Ich weiß, dass ich und alle Freundinnen überall immer diese Schnittstellen hatten vom Rasieren. Wir behandeln jetzt die Haare schon direkt in der Pubertät oder bei den Teenagern so, dass die dann, wenn die Teenager-Zeit vorbei ist, ist die Haut total glatt und die Haarwurzeln sind so geschwächt, dass sie fast kein oder gar kein neues Haar ausbilden. Das ist natürlich irre. Das ist irre. Wir hätten dann alle gar keine Haare, wo sie uns stören. Das ist immer eine Geschmackssache. Ich sage nicht, das ist die einzige Lösung, haarfrei zu sein, aber wenn sie das stört oder wenn die Enkeltochter die Haare immer rasiert und die dann so pieksig nachwachsen oder sie hat vielleicht eine Mutter, wie wir das auch gerade bei Frau Klingert haben, die das stört, weil im Gesicht Haare wachsen. Das ist ein wahnsinnig tolles Geschenk. Ein irres Geschenk. Und vor allem, es gibt eine Geld-zurück-Garantie, die wir anbieten dürfen bis zum 15. Januar, wenn es ein Weihnachtsgeschenk sein soll. Das heißt, Sie haben genügend Zeit, sich in aller Ruhe noch einmal mit diesem Geschenk auseinanderzusetzen. Und es ist aber das Schnäppchen der Schnäppchen, wenn es um dauerhafte Haarentfernung geht am heutigen Tag. Sie bekommen für 99,98. Ich drücke Ihnen bei Creme jetzt ganz fest die Daumen. Wir haben ja drei Farben für Sie. Bei Creme nur noch einen minimalen Bestand. Die Daumen, dass Sie Ihr Gerät bekommen. Zweimal den Buffer, zweimal den großen Aufsatz, zweimal den kleinen Aufsatz. Die Geschenktasche kommt hinzu. Das Aufladegerät ist dabei. Es ist ein Rundum-Sorglos-Paket. Und das Ganze eben auch über drei Q-Pay-Raten für gerade mal 34 Euro im Monat finanzierbar. Klein, handlich, einfach, schmerzfrei. Ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, wenn es ein bisschen qualmt und wenn es müffelt. Alles richtig gemacht. Versenkte Haare riechen nun mal so. Punkt um. Das können wir jetzt nicht ändern. Ja, ja. Es ist eben trotzdem nicht eine Weihnachtskerzentechnik, sondern es ist die Thermikantechnologie. Auch wenn es genau so riecht. Es riecht genau so. Es riecht wirklich so, als wenn Ihr Haar, als wenn das so über die Kerze abgesenkt wurde. So ein bisschen versenkt. Genau. Also ist tatsächlich so. Die Technik ist aber eine patentierte Technologie. Das heißt, die gibt es auch nur bei NoNo. Und die zeige ich Ihnen gerne nochmal, weil wir behandeln die Haarwurzel. Wir gehen wirklich in die Haarwurzel und behandeln die so, dass die immer schwächer und schwächer wird. Wir dürfen die Haare rasieren. Wir dürfen sie sogar epilieren. Dann dauert es nur ein bisschen länger, weil weniger Haare zur Verfügung stehen. Wir brauchen einfach nur das Haar unter der Haut, das dann die Leiter zur Haarwurzel bildet. Und da ist es völlig egal, welche Haar und welche Hautfarbe man hat. Das ist hier wirklich das Besondere. Ob die Haare weiß sind oder schwarz, ob die Haut dunkel ist oder hell, ob man rote Haare hat. Es ist völlig egal. Das Gerät ist absolut farbenblind. Schauen Sie sich gerade mal unser Modell an. Eine Behandlung im Gesicht geht schnell. Die geht schmerzfrei. Die geht einfach. Am Rücken geht es dann natürlich immer mit Hilfe ein bisschen besser. Ob Sie über die Beine gehen oder ob Sie auch über Tattoos fahren, spielt jetzt an dieser Stelle keine Rolle. Es geht um die Wärme und es geht um das Haar. Und gerade im Achselbereich, im Bikinibereich muss ich schon sagen, ist eine weiche, schöne Haut doch wirklich etwas sehr Ästhetisches. Noch einmal, Sie können sich das zu Hause aussuchen. Was macht Sie glücklich, was persönlich ist Ihr Schönheitsideal? Und wenn wir Ihnen da dann an dieser Stelle unterstützen, würde die Arme greifen können. Wunderbar. Und wir dürfen heute wirklich sagen, jeder darf mitspielen. Ob sehr helle Haare, ob graue Haare, ob rötliche Haare oder sehr dunkle Haut, das spielt hier bei dem Gerät, und das ist somit das Einzige, keine Rolle. Ja, das ist toll. Das ist toll, ne? Also das muss ich echt sagen. Ich habe mich alle herzlich eingeladen. Ich habe mich alle gefreut auf heute. Haare brauchen Sie, das ist alles. Weißt du, für 100 Euro, für noch nicht mal 100 Euro, eine dauerhafte Haarentfernung, so groß wie eine Checkkarte, ganz leicht, super einfach in der Anwendung, das gibt es gar nicht. Das gibt es sonst nicht. Sie können auch nicht mal für eine Behandlung im Studio bezahlen, weil Sie dauerhafte Haarentfernung, dafür gibt es Studios, da gibt es richtig Ketten in ganz Deutschland, wo Sie sich dann auch mit unterschiedlichen Methoden behandeln können. Wir haben tatsächlich hier die Lösung für alle Haartypen und alle Hauttypen, das ist quasi Ihr Studio für zu Hause und das Ganze eben für unter 100 Euro, wo Anke sonst normalerweise nicht mitspielen könnte, wo auch unsere Hanne normalerweise mit ihrer Haarfabe raus wäre. Und Sarah wäre vom Hauttyp her zu dunkel für eine IPL-Technologie. Ich zeige mal was bei Sarah. Guck mal hier, die hat jetzt heute zum ersten Mal das Gerät benutzt. Kurze Frage, wie fühlt es sich an? Ich finde es ja total angenehm. Sehr angenehm. Also die Wärme ist schön, ne? Guck mal, darf ich das zeigen, Sarah? Ja, natürlich. Also Sarah ist wunderhübsch und die Arme waren auch hübsch, wie sie waren. Aber was das für ein Unterschied ist, hier, Sarah, normalerweise könnte die Haare nicht dauerhaft entfernen. Hier sind jetzt keine Haare mehr, die Haut ist ganz glatt. Und so war das vorher mit einem kleinen Pflaumen, dunkler Haare, ich weiß nicht, ob Sie das sehen können. Das ist total Geschmackssache. Wie du das gerade gesagt hast, wenn Sie zu Hause das stört, haben wir eine Lösung. Wenn Sie sagen, mich stört das nicht, ich finde das in Ordnung. Völlig in Ordnung. Es geht überhaupt nicht darum, zu sagen... Ich mag grau, sie mögen grün. Völlig okay. Völlig. Finde keine Rolle. Völlig. Also es ist auch immer die Frage, auch bei Männern, die mögen auch immer mehr dauerhafte Haarentfernung oder überhaupt Haarentfernung. Es ist total Geschmackssache. Es geht wirklich nicht darum, dass wir sagen, was schön und was hässlich ist, sondern wir geben Ihnen eine Möglichkeit, die ist außergewöhnlich. Also diese Termicon-Technologie, die patentiert ist, das ist außergewöhnlich, wenn man sich für eine dauerhafte Haarentfernung entscheiden möchte. Wie wir Frau Kling an dieser Stelle helfen konnten, aber auch da möchten wir nochmal wirklich betonen, nicht ein, nicht zwei, nicht drei Behandlungen reichen aus. Da müssen Sie ganz konsequent und auch ganz ehrlich zu sich selber sein. Schaffe ich das jetzt für die nächsten, ich sag mal wirklich großgegriffen, zehn bis zwölf Wochen regelmäßig zu behandeln? Ich lege Ihnen jetzt mal so ein bisschen den Finger auf die Brust und sage, dreimal in der Woche an den Stellen, wo Sie die Haare definitiv loswerden möchten. Ziehen Sie das bitte durch. Jetzt den November über, na der ist ja schon fast vorbei, also Dezember über, den Januar und den kompletten Februar durch. Und dann bitte schauen, wie sich das mit Ihrem Haarwuchs an den Stellen verhält. Es ist weich, es ist warm, es ist komplett eine schmerzfreie Lösung und vor allem, wie ich finde, auch eine außergewöhnlich flotte. Und die Tatsache, dass Sie jetzt vorher rasieren dürfen, so wie Sie vielleicht auch vorher immer die Haare entfernt haben, und dann zwei bis dreimal die Woche hinterher gehen und nacharbeiten, finde ich großartig. Ja, das ist halt jetzt die gleiche Technologie wie bei dem NoNoPro, da geht das nämlich auch, aber da wussten wir es nicht. Da wussten wir es auch nicht. Das haben wir jetzt einfach in Studien festgestellt, wir brauchen gar nicht unbedingt ein Haar an der Oberfläche. Wir können einfach nur über die Haut gleiten und direkt unter der Hautoberfläche beginnt ja das Haar, was in die Haarwurzel dann weiterführt. Wir dürfen über Tattoos gehen, über dunkle Haut wie bei Sarah, wir dürfen weiße oder graue Haare behandeln, wie zum Beispiel Hanne, blonde Haare, schwarze Haare, die ist völlig egal, die Farbe. Das einzig Wichtige ist Regelmäßigkeit am Anfang. Wie Kerstin gesagt hat, sagen wir mal drei Monate, dreimal in der Woche, das ist richtig dick gerechnet, ne? Wenn man dann mal schwänzt, ist nicht so schlimm. Aber so als Faustregel, dreimal die Woche über drei Monate, ist wirklich dann toll und danach kann ich immer seltener behandeln. Wir haben 44 Zuschauer im Voraus gefragt, würden sie so lieb sein und für uns Produkttester sein? Und das werden wir auch immer wieder weiterhin auch bei vielen anderen Produkten tun, bei uns auf dem Beauty-Blog. Und 97 Prozent unserer 44 Kunden sagen, ich würde das Gerät definitiv einer Freundin, einem Freund weiterempfehlen. 97 Prozent haben festgestellt, dass die Haare langsamer nachwachsen. 95 Prozent sagen, das ist ein ultimatives Alles-Kann-Gerät zur Haarentfernung. Und 88 Prozent sagen, ich würde nicht mehr zur alten Methode zurückgehen. Hier vorne steht ihr Set. Ah, der Serdar, du bist ein Schatz, der hat den fehlenden Aufsatz mal kurz nachgelegt. Also Rot können Sie bestellen, Pink-Rosé können Sie bestellen. Und hier jetzt nur noch begrenzte Stückzahlen bei unserem wunderbaren Creme-Farbton. Also wer Creme möchte, wer sagt, das ist genau die Farbe, die und keine andere, der bestellt sich bitte jetzt. Creme ist begrenzt, das No-No-Tagesangebot in dieser Farbe. Zweimal den kleineren Aufsatz, den hatten wir Frau Kling empfohlen für die Gesichtspartie, weil man da einfach ein bisschen genauer und ein bisschen feiner mitarbeiten kann. Zweimal der große Aufsatz für die größeren Flächen. Jeder Aufsatz hält so circa, bei regelmäßiger Anwendung, drei Monate. Ich habe tatsächlich von den Kleinen noch viel länger was gehabt, weil ich das im Gesicht deutlich weniger brauchte als zum Beispiel an den Beinen. Das können Sie aber so, je nachdem, wo Sie sagen, Sie möchten die Haare entfernen, dann selber zu Hause herausbekommen. Sie bekommen bei uns auch immer Nachschub und können sich die auch immer dann, das wären jetzt so circa neun Monate, die nachbestellen. Die Buffer bekommen Sie auch noch hinzu, das heißt, Sie können danach noch einmal die Haut wirklich perfekt weich zaubern und dazu das kleine Kosmetikkäschchen und selbstverständlich ein Ladegerät. Aber der No-No arbeitet erst mal mit Akku, das heißt einmal voll aufgeladen, vier bis fünf Stunden hat er dann die volle Leistung. Genau, das erste Mal aufladen und nicht benutzen und danach, wenn man es vergessen hat aufzuladen und benutzen möchte, darf man es auch mit Kabel benutzen. Das ist ein guter Tipp. Und ich wollte einmal noch mal zeigen, woran sehen Sie, ob jetzt der Aufsatz irgendwann kaputt gegangen ist oder nicht mehr funktioniert. Sie sehen hier vorne drin einen Draht. Das können Sie auch mit bloßem Auge erkennen. Wenn ich das Gerät benutze, sehen Sie mal, da sehen Sie nämlich, dass da der Draht sich zu einem Wärmedraht entwickelt. Der, von dem geht die Thermikon-Technologie aus. Deshalb riecht auch die Haut nach versenktem Haar. Wenn der jetzt reißt, dann ist der kaputt und dann wird auch das ganze Gerät rot leuchten. So, so, dann leuchtet das rot. Das heißt dann so, jetzt funktioniert das nicht mehr. Kann aber auch mal zwischendurch passieren, wenn der Draht noch in Ordnung ist. Dann stellen Sie es einfach kurz ein und aus und dann funktioniert es wieder. Unten gerade im Bild eingeblendet wäre ein weiteres Set, was Sie als extra dazu bestellen können, wenn Sie sagen, ich nehme definitiv noch mal die kleinen Aufsätze dazu mit dem kleinen Peeling-Pad oder ich möchte die großen Aufsätze, fragen Sie gerne uns in der Bestellernahme. Bevor wir noch eine schnelle Frage haben von unseren Zuschauern, das ist jetzt heute für Sie exklusiv, also preislich und topbar. Wir haben mal die Suchmaschine angeschmissen und das war der günstigste Preis, den wir für das No-No in dieser Mikrovariante finden konnten. Und das sind 169 Euro und ich kann Ihnen dazu sagen, das ist noch nicht mal ein autorisierter Händler. Also bei uns bekommen Sie auch den vollen Service und die Kundenzufriedenheit und auch das Vertrauen über die vielen Jahre. Jetzt haben wir die Frau Ziewitz noch in der Leitung. Da machen wir jetzt mal richtig flott, weil die Sendung gleich vorbei ist, aber wunderbar, dass Sie anrufen. Hallo Frau Ziewitz, wie dürfen wir Ihnen helfen? Ja, ich wollte eigentlich mal fragen, ob das auch geeignet ist, wenn man empfindliche Haut hat, also bestimmte Flecken im Gesicht und solche Geschichten. Also meinen Sie auch vielleicht Pigmentflecken oder Leberflecken oder so? Ne, die eher nicht. Die eher nicht. Was meinen Sie für Flecken? Meinen Sie Muttermale oder Rötungen? Rötungen. Rötungen. Ja, wo vielleicht richtig die Haut so ganz empfindlich ist? Ja. Ja, also meine Empfehlung ist dann, würde ich die Haare erst entfernen und nicht über die Stoppeln gehen. Weil wenn da richtig, sagen wir mal, Sie haben hier richtig ein bisschen mehr Haare oder an der Oberlippe und die sind härter, dann müssten Sie schon ein bisschen öfter über die Haut gehen. Und vielleicht wäre das am Anfang für Ihre Haut ungewohnt. Und es ist geeignet auch für ganz empfindliche Haut, weil es auch schmerzfrei ist. Nur ein bisschen warm. Einfach nur so ein bisschen warm. Vielleicht üben Sie erst mal am Arm, dass Sie sich damit gut fühlen. Und dann haben Sie so das Tempo raus. Dann dürfen Sie die Haare entfernen, zum Beispiel rasieren oder mit dem Hollywood-Browser so ein bisschen abnehmen. Und dann über die Haut gehen. Und das machen Sie ruhig häufiger. Und gucken mal, wie verträgt meine Haut das? Dann brauchen Sie ja auch nicht zehnmal über eine Stelle gehen, wo die Haut gerötet und empfindlich ist. Sondern dann reicht das, wenn Sie ein, zwei Mal darüber gehen. Und das wiederholen Sie einfach alle zwei Tage. Ja, weil es gibt ja auch Menschen, die Hautkrankheiten haben. Also über richtig Kranke. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geeignet ist. Also über Kranke Haut und über offene Wunden natürlich niemals drüber gehen. Nein, offene Wunden ist klar. Okay, also nur, dass wir uns da einig sind. Also da natürlich, da nicht. Also da würden Sie ja auch nicht mit dem Rasierer drüber gehen, ne? Nein. Gut, dass wir nur da sicher sind, wir beiden. Wunderbar. Prima, dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg, wenn Sie sagen, das ist ein Thema für Sie. Das würde ich gerne behandeln. Und Ihnen noch, falls wir uns vorher nicht mehr sprechen sollten, wunderschöne Weihnachtsdage, ne? Ja, danke, gleichfalls. Die können wir jetzt schon wünschen. Alles Gute zu Ihnen. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss. Also wichtig ist, die Haut sollte natürlich geschlossen sein. Ganz klarer Fall. Wer da mal ein kleines Pickelchen hat, mein Gott, das habe ich auch jede Woche. Darum geht es nicht. Aber es sollte natürlich auch eine Haut sein, die gesund ist und mit der man halt dann eben auch, es ist ein kleines, warmes, schmerzfreies Rübergleiten, gut arbeiten kann. Wir haben um 18 Uhr noch eine ganze Stunde, liebe Barbara, deswegen unser Tipp, gucken Sie definitiv um 18 Uhr noch einmal zu oder stellen Sie auch da liebend gern noch mal die Fragen. Ich finde das super, dass unsere Zuschauerinnen das so annehmen. Nicht total, weil es sind manchmal Dinge, die vielleicht beim Zuschauen auch andere Fragen aufwerfen, als wir das empfinden, die wir das Gerät in der Hand haben. Ich freue mich ganz doll, wenn Sie anrufen. Sie dürfen alles fragen. Und Sie dürfen heute, nee, im Gegenteil, manchmal sind wir ja auch so ein bisschen im Tunnelblick und vergessen das eine oder andere. Und für unter 100 Euro haben Sie heute den besten Preis. Das ist ein exklusives, hervorragendes Modell. Wie gesagt, ich habe den Vorgänger zu Hause für 199 damals gekauft und ich bin immer noch top zufrieden mit meinem Gerät. Dass Sie das heute zu so einem schönen kleinen Kuss bekommen, in so einer tollen Handlichkeit, mit genau der gleichen Intensität, sensationell. 2, 6, 8, 3, 5, 5, die Artikelnummer. Und gucken wir doch mal eben auf alle Haar- und Hauttypen. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass jeder, der sonst bei IPL-Technologie keine Erfolge erzielen würde oder schlicht und ergreifend das Gerät nicht geht. Ob jetzt rötliche Haare, sehr heller Hauttyp, graue Haare oder sehr dunkle Haut. Alle dürfen hier bei diesem Tagesangebot mitspielen. Wer möchte, kann doch gerne mal auf dem Beauty-Blog nachschauen und nachlesen, was wir für besondere Haarenfernungsgeräte heute haben und was es von Nono sonst noch alles gibt. Wir haben auch dort nochmal Lage-Lacke getestet, das brandneue Beauty-Coaching von Boris, der ja auch gleich um 19 Uhr noch mit im Beauty-Talk dabei ist. Und noch vieles, vieles mehr. Elemis übrigens sucht gerade Leser und Tester für eine brandneue Set-Kollektion. Dann würde ich mich aber ganz locker mal zur Verfügung stellen. Und dann dürfen Sie sich dort gerne anmelden und gerne mitmachen, wenn Sie mögen. Ich finde Elemis echt gut. Ich sorge dafür. Also, bei Strandfein geht es jetzt weiter und wir sind dann gleich um 18 Uhr wieder da. Dankeschön. Jeden Freitagabend Fashion Night. Vier Stunden Mode-Highlights für den Winter. Diesmal mit der Designer-Kollektion Strandfein, Schuhen von Vitaform, Strickmode von The Jet Setters und skandinavischen Styles von Fransa. Die Fashion Night. Morgen ab 20 Uhr bei QVC. Definiert durch die Natur. Perfektioniert durch die Wissenschaft. Elemis Skincare. Morgen bei QVC. Verpassen Sie nie wieder Ihre Lieblingssendung bei QVC. Programminformationen mit Tages- und Wochenansicht. Für alle drei QVC-Kanäle und die Produkte der laufenden Show lassen sich per Mausklick sofort bestellen. Auf QVC.de Der QVC Insider für Sie unterwegs. Informationen aus erster Hand rund um Mode, Beauty und Lifestyle. Darüber hinaus unsere TV-Programme, tolle Rezeptideen, Gewinnspiele und eine Vorschau auf besondere Tagesangebote. Wenn Sie den Insider jetzt abonnieren, erhalten Sie als erstes die Januar-Ausgabe. Insider wissen mehr.